Nach unserem Film Saisonvorbereitung der Chromcast-Fahrzeuge für die Saison 2021 gab es ein paar E-Mails und da wurde gefragt, kannst du nicht mal genauer zeigen, wie das funktioniert mit dem Sitzbau? Ihr habt ein wenig gesehen in dem Video, was wir gemacht haben, aber wir wollen auf Wunsch euch das jetzt im nächsten Film etwas genauer zeigen. Als erstes wird das Fahrzeug vorbereitet. Dazu zählt das Säubern des Cockpits genauso wie das Positionieren von Gurten und das Verkleiden von kleineren Cockpitkanten oder Öffnungen, in die später kein Sitzmaterial eindringen soll. Das erschwert später das Entfernen des Sitzes. Danach nimmt der Fahrer seine gewünschte Sitzposition ein und man schaut, wie viel Sitzmaterial ungefähr benötigt wird. Dann wird der Back mit den Steroporkugeln ausgebreitet und das Material an die gewünschten Stellen verteilt und der Back leicht unter Vakuum gesetzt, was Stabilität bringt und dann ins Auto verbracht. Danach nimmt der Fahrer erneut Platz und findet seine optimale Sitzposition. Das Material lässt sich leicht in die richtige Position verschieben. Nachdem der Back wieder aus dem Auto genommen wurde, wird das Kunstharzmaterial im Back verteilt, bis alle Kügelchen im Inneren des Backs blau gefärbt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Lang genug durchwalken. Ist der Kunstharz richtig verteilt, kommt Wasser als zweite Komponente im Back dazu und wird wieder richtig vermischt. Ab jetzt hat man ca. 25 Minuten Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Das Material wird wieder an die richtigen Stellen verbracht und es wird wieder leicht Vakuum gezogen, damit die Kügelchen an den richtigen Positionen verbleiben und der Sitz geht wieder ins Auto. Nachdem der Fahrer seine optimale Position gefunden hat, ist der Sitz nach ca. 20 Minuten ausgehärtet und kann weiter verarbeitet werden. Überstehendes Material kann entfernt werden und zum Beispiel Öffnungen für den Gurt geschnitten werden. Der Sitz wird mit Klebeband am Anfang stabilisiert. Nach dem ersten Test wird der Sitz mit einem feuerfesten Material überzogen und fertig ist das Ganze. Das ist ein Tragräu. Das ist ein Tragräu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017